Professoren sind das wohl ausgeklügelste System Wissen zu sammeln. Bereits zehn Professoren in einem Raum entsprechen der Weltwissensleistung der Bibliothek von Alexandria. Das ist schön für die Professoren. Damit auch die Studenten etwas davon haben, gibt es Programme, die Professoren Methoden vermitteln, Wissen verständlich weiterzugeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017